Eine Million Euro Umsatz in einem Monat, wie haben wir das geschafft? Die Frage, die ich am meisten bekomme ist, Jonas, was war der eine große Hebel? Was war die eine Sache, die ich jetzt machen muss? Und meistens fragen mich die Leute, was war der eine große Hebel, um von Umsatz X auf Umsatz Y zu kommen? Und das ist immer angepasst an das entsprechende Level. Zum Beispiel jemand, der bei 50.000 Euro Monatsumsatz steht, sagt, Jonas, was war der eine große Hebel bei dir, um von 50.000 Euro auf 100.000 zu kommen? Und jemand, der zum Beispiel bei 200.000 Euro steht und gerne auf 500.000 kommen will, der fragt Jonas, was war der eine Hebel, um von 200.000 Euro auf 500.000 Euro zu kommen? Und ich möchte jetzt hier in diesem Video eine ausführliche Antwort dazu geben, was war der eine große Hebel, um auf eine Million Euro Monatsumsatz zu kommen? Reisen wir mal in der Zeit ein Stück zurück. Ganz an den Anfang, als ich Loftum gegründet habe, das ist jetzt ungefähr fünf Jahre her. Ja, damals war ich Freelancer, Solo-Selbstständiger und habe im Prinzip alles selbst gemacht. Das heißt, ich habe Kunden auf LinkedIn, potenzielle Kunden angeschrieben, habe gesagt, hey, ich habe gesehen, ihr habt ein erklärungsbedürftiges Angebot, wäre es nicht cool dafür, ein Erklärvideo zu machen? Der eine oder andere hat dann zurückgeschrieben und gesagt, ja, das klingt spannend, lass uns mal sprechen. Ich habe mir eine Telefonnummer geben lassen und diese Kunden angerufen. Habe mir den telefoniert, ein Verkaufsgespräch geführt und geschaut, ob wir da zusammenkommen und ob die ein Video bei mir kaufen. Dann habe ich den Auftrag im Prinzip bekommen, habe eine Rechnung selbst geschrieben, habe ein Drehbuch geschrieben, habe Sprecher beauftragt, die dann praktisch diese Videos vertonen und alles im Prinzip selbst gemacht. Das war ganz der Anfang. Damals bin ich schon mit der Hilfe von ein paar Freelancern so auf 20.000, 30.000 Euro Monatsumsatz gekommen. Das war auch ganz cool damals, weil ich war auf Weltreise, ich habe im Ausland gelebt, ich habe da relativ günstig gelebt und 20.000, 30.000 Euro im Monat als Selbstständiger ist natürlich gar nicht so schlecht. Dann haben wir uns aber weiterentwickelt. Wir haben viele, viele Dinge dazu genommen. Zum Beispiel haben wir irgendwann angefangen, bezahlte Werbung zu schalten. Das heißt, ich musste nicht mal jeden Tag die Leute angehen auf LinkedIn und wirklich aktiv anschreiben, sondern die sind zu uns gekommen. Als es dann funktioniert hat, habe ich gesagt, hey, wenn das funktioniert, mit ein paar Tausend Euro im Monat, kann ich ja auch mehr und mehr Geld ausgeben. Das heißt, ich habe mehr und mehr Budget ausgegeben auf Facebook, auf Instagram, habe praktisch noch mehr Reichweite bekommen und dadurch noch mehr Anfragen bekommen. So ist natürlich der Umsatz dann gewachsen. Dann habe ich aber gemerkt, okay, ich kann die gar nicht mehr alle alleine versorgen, ich kann gar nicht mehr die alle alleine anrufen. Ich brauche jetzt ein Team, ich brauche Mitarbeiter. Also habe ich angefangen, Mitarbeiter zu suchen, die Mitarbeiter auszubilden. Ja, den zu zeigen, wie ich das genau mache, ja, wie die Verkaufsskripte sind, wie man mit dem Kunden spricht. Ich habe dann Drehbuchautoren gesucht, ja, die Drehbücher schreiben für die Filme. Und so ist das Ganze immer weiter und weiter gewachsen. Und so haben wir auch immer wieder auf jedem Level neue Dinge dazugenommen. Ein großer Hebel zum Beispiel für uns war HubSpot als CRM. Das heißt, wir haben dann irgendwann gemerkt, hey, mit so Excel-Tabellen, das wird alles ganz schön unübersichtlich, weil man dann irgendwie tausend verschiedene Kontakte hat und man hat völlig komplett den Überblick, wen müssen wir wann wieder anrufen, wie ist der Stand, ja, wie sind die Informationen zu diesem Lead oder zu diesem Interessenten. Und ja, so haben wir dann zum Beispiel ein CRM mit dazu genommen. Und das hat massiv uns geholfen, ja, dass wir den Überblick im Vertrieb behalten und dass wir da einfach effizienter werden. Und so sind wir weiter gewachsen, 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 haben immer weitere Dinge dazugenommen. Ja, letztes Jahr haben wir zum Beispiel angefangen, auch auf Events zu gehen, das heißt, auf Messen zu gehen, haben Messestand bauen lassen, haben ein Event-Team aufgebaut und fahren jetzt regelmäßig auf die Events. Jetzt habe ich dir so ein bisschen meinen groben Überblick gegeben, was wir alles gemacht haben und was alles so passiert ist auf der Zeitachse. Das beantwortet ja auch immer noch nicht die eine Frage, was ist der eine Hebel? Was ist die eine Sache, die wir gemacht haben, um auf eine Million Euro Monatsumsatz zu kommen? Vielleicht kannst du aber schon die Antwort so ein bisschen rausholen. Ich habe ja gesagt, wir haben erst das gemacht, das, dann, dann, das, dann, das, dann, das. Und am Ende ist es so, es sind ganz viele Dinge, die da zusammenkommen. Also es ist ein bisschen diese Frage zu stellen, was ist der eine Hebel? Es ist ein bisschen, als würde man zu einer Baufirma gehen und sagen, was ist das eine Werkzeug, das eine wichtigste Werkzeug, das du brauchst, um ein Haus zu bauen? Es gibt natürlich ganz viele wichtige Werkzeuge und du kannst unmöglich ein Haus bauen mit einem einzigen Werkzeug. Wenn du nur einen Hammer hast, dann, wie willst du damit ein Haus bauen? Aber ohne Hammer wird es vielleicht auch schwierig. Und genau so ist es bei einem Unternehmen auch. Bei einem Unternehmen, die Leute sind immer auf der Suche nach der einen magischen Pille. So matrixmäßig, willst du die blaue Pille oder die rote Pille? Die denken, ich muss eine einzige Sache ändern und dann wird alles gut. Das ist aber ein komplett falsches Mindset. Solange du nach dem einen Hebel suchst, solange du nach der einen magischen Pille suchst und hoffst, wenn du nur diese eine Sache anders machst, dann wird alles gut. Dann suchst du den Quick-Fix, die schnelle Lösung, die Abkürzung. Aber das gibt es nicht. Es gibt keine Abkürzung, um ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und am Ende müssen alle Dinge zusammenpassen. Eine Sache ist zum Beispiel, du musst ein großartiges Angebot haben. Du musst gute Qualität liefern. Du musst gute Kunden haben. Sonst fällt alles zusammen. Du musst extrem gute Vertriebsprozesse haben. Das Thema Hubspot, Skripte und so weiter. Du musst mega, mega, mega mäßige Mitarbeiter haben. Wenn du Bremse hast in deinem Unternehmen, wenn du Leute hast, die zu langsam sind, die nicht mitkommen, die nicht mitdenken, die schlechte Laune mit ins Büro bringen, dann wird das nicht funktionieren. Du musst einfach auf so vielen verschiedenen Ebenen ganz viele Dinge richtig machen. Die Sterne müssen dann noch günstig stehen und alles muss zusammenpassen. Und dann wirst du es schaffen, auf dieses nächste Level zu kommen, auf das du kommen willst. Und das ist immer der gleiche Prozess. Man fixt hier etwas, man fixt hier etwas, man arbeitet hier an. Und dann irgendwann, wenn eben die Sterne günstig stehen und alles zusammenpasst, dann irgendwann kommst du auf einmal auf dieses neue Level. Zum ersten Mal. Das schaffst du in einem Monat. Und dann fällst du wieder zurück und denkst dir so, okay, war das jetzt Zufall? Was habe ich anders gemacht? Wieso hat das geklappt? Ja, das hat einfach geklappt, weil es war der richtige Monat. Es haben alle Dinge, alle Gespräche haben stattgefunden. Ja, es waren zufällig die richtigen Anfragen da. Es war kein Mitarbeiter krank. Es hat einfach alles funktioniert und du hast diesen einen Monat, dieses neue Level erreicht. Und dann fällst du wieder zurück, weil plötzlich die Sterne nicht mehr so günstig stehen. Aber du baust ja trotzdem weiter an deinem Unternehmen rum. Das heißt, du guckst den ganzen Tag im Prinzip, wo läuft etwas noch nicht rund. Ja, die Idee dahinter, die Metapher ist folgendes. Wenn es irgendwo brennt, ja, wenn es bei dir zu Hause brennt, was musst du dann tun? Du musst immer zwei Dinge tun. Zum einen musst du das Feuer löschen, ja, weil sonst brennt dein ganzes Haus ab. Ja, das heißt, du musst erst mal eine Feuerlösche holen und das Feuer löschen. Aber dann solltest du ganz wichtig noch eine zweite Sache tun. Und zwar Brandschutzmaßnahmen installieren. Ja, Rauchmelder zum Beispiel. Warum? Dass es nicht wieder brennt, dass es nicht wieder ein Feuer ausbricht. Und genau das Gleiche machst du in deinem Unternehmen auch. Du schaust einfach die ganze Zeit, wo läuft etwas schief. Hey, hier ist ein unglücklicher Kunde. Dann schaust dir das an. Warum ist er unglücklich? Was haben wir als Unternehmen falsch gemacht? Ja, du sagst, ey, hier sind weniger Anfragen reingekommen in diesem Monat. Warum? Warum brennst du da? Was hat nicht funktioniert? Und jetzt Beispiel unglücklicher Kunde. Natürlich musst du erst mal den anrufen und musst sagen, hey, was ist los? Lass uns sprechen, lass uns eine Lösung finden. Du willst ja nicht, dass deine ganze Firma abrennt, sondern du willst den Kunden wieder glücklich machen und den zurückholen, dass der wieder happy ist, der vielleicht eine gute Bewertung schreibt und so weiter. Aber gleichzeitig musst du überlegen, was kann ich jetzt installieren, dass nie wieder ein Kunde aus dem gleichen Grund unglücklich sein wird. Dann baust du neue Prozesse, neue Checklisten, neue Systeme. Und auf einmal hast du dein Unternehmen ein kleines Stück besser gemacht, an dieser einen Stelle. Das ist nicht der eine Hebel. Das ist nicht der eine Hebel, der morgen deinen Umsatz verdoppelt. Das ist aber eine kleine Sache, die ab sofort nicht mehr schief gehen wird. Wieso hat ein Vertriebler einen Fehler gemacht? Schaust dir an, löschst den Brand. Das heißt, du sagst dem anderen Vertriebler, hey, bitte ruf nochmal diesen Kontakt an. Da wurde ein Fehler gemacht. Versuch den mal zurückzuholen. Gleichzeitig überlegst du dir aber, wie kann ich meine Schulung umbauen? Wie kann ich bessere Vertriebler einstellen? Wie kann ich vielleicht meine Führungskraft besser trainieren? Dass die die anderen Vertriebler richtig im Griff hat und richtig kontrolliert. Und wieder hast dein Unternehmen ein kleines Stück besser gemacht. Und wenn du das immer wieder machst, jeden einzelnen Tag, dann wirst du zwangsläufig immer aufs nächste, aufs nächste, aufs nächste Level kommen. Und dann wirst du irgendwann nicht mehr das brauchen, dass die Sterne günstig stehen. Ja, dass alles zusammenkommt, dass kein Mitarbeiter krank ist, dass einfach alles perfekt klappt, um auf dieses Level zu kommen. Dann wird es irgendwann normal. Ja, das heißt, du wirst immer so einen Peak haben, wo einfach alles perfekt geklappt hat, reiner Zufall. Und dann wirst du wieder zurückfallen und du verbesserst und verbesserst. Und irgendwann ist das Neue oder der alte Rekord ist irgendwann das Neue normal. Und das ist super, super wichtig zu verstehen. Solange du nach dem einen einen Hebel suchst, solange du überdenkst, hey, es kommt die eine magische Pille, der eine Trick, die eine Sache, die ich ändern muss und dann wird alles gut, dann bist du schon verloren. Dann wird das nicht funktionieren. Du wirst es nur schaffen, indem du immer wieder einen kleinen Schritt gehst. Und selbst wenn du es geschafft hast, ja, du hast ein neues Ziel erreicht, ja, du hast dir die ganze Zeit erzählt, oh, wenn ich mal 100.000 Euro im Monat mache, dann bin ich happy, dann habe ich es geschafft, dann bin ich ein großer Unternehmer. Das ist komplett falsche Denkweise, weil das wird nie passieren. Du wirst nie ankommen. In dem Moment, wo du 100.000 Euro im Monat machst, wirst du sagen, hey, jetzt würde ich gerne 200.000 schaffen. Ja, dann schaust du wieder nach oben und sagst, ja, da gibt es ja andere, die sind noch viel erfolgreicher als ich. Und das wird immer, immer, immer so weitergehen. Und solange du dieses Mindset hast, dass du sagst, den einen Hebel finden und dann ist alles gut, ja, dann wirst du einfach das nicht schaffen, wirst du einfach nicht mithalten können mit Unternehmen, wie zum Beispiel wir eins sind, ja, wo wir jeden Tag einfach sagen, wie können wir noch besser werden. Jeden Tag verbessern wir uns. Jeden Tag schauen wir uns an, was läuft nicht, was können wir optimieren, was können wir verbessern. An allen Ecken und Enden, im Backoffice, in der HR-Abteilung, im Marketing, im Fulfillment, ja, im Sales, in allen Bereichen sind wir die ganze Zeit dabei, uns zu verbessern, kontinuierlich. Und dementsprechend sind wir auch seit fünf Jahren andauernd auf Wachstumskurs. Ja, wir haben in den ersten zwei Jahren unseren Umsatz verzwanzigfacht, ja, und das ist möglich, aber nicht, wenn du hoffst, die eine Pille zu finden, ja, den einen Fehler, den du aktuell machst, den du beheben musst. Du musst jeden Tag andauernd ganz viele Dinge verbessern, verändern und nur, wenn du dieses Mindset annimmst und akzeptierst, dass du niemals angekommen sein wirst, dass es immer darum geht, weiter zu verbessern, weiterzulernen, weiter zu optimieren, ja, erst wenn du das begreifst und erst, wenn du das umsetzt, erst dann wirst du es schaffen, ja, neue Level zu erreichen, ja, von denen du aktuell denkst, das ist gar nicht möglich, das zu schaffen. Wenn du das cool fandst, habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp für dich und zwar abonniere diesen Kanal. Ich mache regelmäßig Videos hier, in denen wir einfach teilen, was bei uns bei Loft5 funktioniert, ja, Tipps und Tricks, wie wir es geschafft haben, so eine große, erfolgreiche Marketingagentur zu werden. Wir teilen auch das, was für unsere Kunden funktioniert im Bereich Marketing, Online-Marketing, Video-Marketing. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann klick auf den roten Button hier unter dem Video. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Das war es von mir aus München. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.